Leute, ich bin's wieder. Diesmal wollen wir dieses Video hoffentlich endlich mal abschließen. Yoshi! Yoshi, ja... Wir haben's noch nicht oft genug gesehen. Es wird langsam zu allen Frustration ran, aber genau das ist da, was wir sehen wollen. Hab ich recht. Ihr wollt uns leid sehen. Diese schadenfreudigen, kleinen, schäbigen... Meine lieben Zuschauer, die ich euch ja alle so schätze. Äh... Jo... Oh... Yoshi! Zunge! Oh mein Gott! So, zwei Extra-Sterne. Mit Winkelschuss. Yuchey! Und hier wieder rauf, und hier wieder runter, und ah, leck mich doch alle am Arsch! So... So, da wir die hier gerade schon runter gestampft haben, müssen wir, dass hier nichts drin ist, und gehen direkt weiter. Es leckt gerade ein bisschen bei mir. Hey, wir haben's überlebt. An dieser Stelle müssen wir sehr schnell nach rechts laufen und diese Blume holen. Weil ihr seht schon, von oben kommen diese Steine. Ich bin gestorben! Jo, das glaub ich dir sogar. Und hätten wir die Blume jetzt gerade nicht geholt, dann... Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh, das war knapp. Dann wäre sie jetzt einfach da unten eingeschlossen, wir kämen nicht mehr da dran. Tja, und vorbei wär's mit unseren 100%. So, an dieser Stelle einfach ziemlich weit nach rechts fliegen, die Steine einfach mal irritieren. Hier ist nämlich noch eine Blume! Und eine Wolke mit Sternen drin. Hä? Und auch nicht! Ich hab keine Eier mehr! Wie jetzt? Ja, du weißt schon, was immer Eier ist. Ja, ja. Aber die Zuschauer bestimmt. Ja doch, klar. Unsere Zuschauer sind nicht dumm. So, und wir stehen direkt vorm Ende. Und wir haben nicht genug Sterne. Hm. Machen wir doch einfach nochmal dieses Bonus-Ding. Weil wir in diesem hübschen Screen mit dem Hund den Schlüssel bekommen haben. Ihr seht. Schlüssel. Schlüssel. Schläck. Darum gehen wir uns einfach mal hier rein. Äh, ja. Peck bumm zu Deutsch. Ihr seht diese 10 Ballons. Und unter einem dieser Ballons ist ein Bonus-Item versteckt. In den meisten Fällen, genau. Sternenpunkte. So. Wir können ihn mit der Stampf-Attacke zum Platzen bringen. Und wer den Stern als erster findet, darf ihn behalten. Logischerweise. Unser Gegenspieler, wie immer, der altbekannte Bandit. Halt auch ihn herzlich willkommen. Aber nicht verlangen, denn wir werden ihn jetzt eiskalt besiegen. Drückt mir die Normen, Leute. Ja, ihr seht schon. Bandit. Nein, Bandit! Weg mit dir, Bandit! Tschüss. Nein, ich kann nicht tun! Ich kann nichts tun! Ach so. Und natürlich wieder am letzten. Jochee! 20 Sterne! Und wo ist Bandit? Von der Bildfläche verschwunden. Wieder einmal haben wir gegen Glow-Eichel-Sieg. Wir setzen hier diese Sternen-Items ein. Um von 27 auf 30 Sternen zu kommen. Und, yeah! Ihr seht, wir haben 100 Punkte! Geil! Du hast den 5. Versuch! Nein, nein! Ich glaube, es waren nur 4! Echt? Ja! Welt 2, Level 1 geschafft! Kein Bonus-Level in diesem Fall! Yay! Mit dem pinken Yoshi! Geht weiter! Guck uns mal mal den Screen an! 30 Sterne, 20 Münzen, 5 Blumen! Macht 100 Punkte, sind 100%! Yay! Yay! Hu! So! Ich würde sagen, dies war diesmal eine kurze Ausgabe. War ja auch nur ein halbes Level. Aber diesmal haben wir es endlich geschafft! Im nächsten Video sehen wir uns dann weiter mit meiner Schwester am Joypad. Freut euch darauf! Bis dahin!